So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Together. Und zwar spielen wir in dieser Runde mal Minecraft für die 16.3. So schaut's aus. Und zwar, wie ihr schon gehört habt, wie ich gesagt habe, Let's Play Together. Und zwar haben wir meinen alten Kunde, Shadow Mac. Hi, servus, Leute. Und wir haben einen Special Guest, meinen guten Kunde, Adai Gerudo. Richtig, servus, servus. So, wir spielen heute aus, ja, 2 und 1, servus. Genau, also. Jo, wir können ja kurz mal meine Welt, meine generierte Welt hier mal kurz zeigen. Da haben wir eine coole Ecke gefunden, wo wir hier eine Bude bauen können. Wah, da geht's runter. Wo war denn jetzt? Scheiße, wo war... Ich glaube, ich bin falsch. Da war nicht die Ecke, wo... Wo war... Wo war denn die Sch... Ach, da hinten, oder? Hä? Nee, wo... Ja, ich würde jetzt erstmal ein Mikrovisoren zum Holz bauen, damit wir auf jeden Fall die Nacht überloben. Ja, wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn irgendeiner steinstürft im Ofen, damit wir zumindest eine Krühe herstellen können, oder falls wir vielleicht Kohle abbauen, dann nicht schlecht. Ich kümmere mich in der Zeit um ein kleines Holzhaus. Ja, ich kümmere mich mal kurz hier um, äh, auch um Holz. Gerudo, machst du denn irgendwie, äh, Stein? Ja gut, wir brauchen eh erstmal ein Werkzeug. Also ich würde mal sagen, alle Holz mal erstmal, oder? Ja, Holz. Aber Gerudo, sorg mal einfach einen neuen Wolle, also sorg mal, das haben wir uns vielleicht mal ein Fettbomb. Ja, genau. Sorg mal dafür ein paar Wolle und vielleicht kannst du ja auch noch ein paar Schweine und sowas killen, dass wir was zu fressen haben. Okay, was ist denn... Genau, du killst mal ein paar Viecher und, äh, wir kümmern uns um Werkzeug. Und hast es nicht gesehen. Kannst du denn einen Brumpfschrei machen? Weiß ich nicht, musst du doch wissen, du bist doch ein halbes Schar, Affe. Ja, ich hab's gesehen, hey, das... Das sind diese, äh, mit diesen neuen Skins halt da. Ja, also Weihnachten. Genau, hab ich ja auch einen davon, diesen, äh, Golem, äh, Schneegolem oder was es da sein soll. Sieht richtig cool aus, also ich fand den ganz gut. Der Geist hätte ich auch, äh, Entscheidungen gehabt, vielleicht zu nehmen, aber ich wollte lieber diesen mit dem... Kürbiskopf. Ja, das ist Schneegolem, naja. Ja. So, äh, ich hab jetzt Holz, so ein bisschen, dann machen wir noch ein bisschen mehr. Soll ich denn für euch Werkzeuge fabrizieren oder so? Ja, wir können ja hier in dem Haus eine Werkbank aufbauen und dann ein bisschen, äh, Holz und dann machen wir noch ein bisschen Holz, ne, aber hier steht ein bisschen Baum. Ja, kannst du ja schon mal eine Werkbank machen? Ja, kann ich machen, das ist ein bisschen Baum. Ich baue noch ein bisschen Holz ab, ich bin hier gerade an so einem fetten Riesenbaum von vier, vierer Dinger hier, platt machen. Ähm, die Rüge platt machen, ähm, ja. Was, das leckt? Bei mir leckt gar nichts, das läuft flüssig ohne Hände, Alter. Wow, hast du da mal gut Holz abgebaut hier? Nicht schlecht. Oh, hier sind Äpfel. Äpfel. Hab ich schon gemacht. Cool. Warte, ich, äh, wo hast du eine Werkbank? Ach, da. Cool. Dschungelholzbretter. Ich glaube, das ist ein bisschen dunkel für das hier, oder? Ich hab ein bisschen dunkleres Holz. Ja gut, dann mach ich das Dach, würde ich sagen, oder? Hey, dann mach ich mal das Dach, oder? Ja, ganz gut. Dann wird das Dach ein bisschen dunkler? Macht gar nichts. Ja. Dann machen wir es ein bisschen eben. Dann machst du, äh, normales Holz für Dinge und ich mach fürs Dach, äh, halt dieses... ...dunklere. Äh, warte, ich muss mir kurz eine Treppe bauen hier aus Dreck. Soll ich's gleich hier, äh, bündig mit dem machen? Mit dem Holz oder noch eine Schicht draufsetzen? Warte, warte, ich warte mal kurz an. Jo. Soll ich, also hier, wo ich stehe, noch eine Schicht draufmachen mit dunklerem Holz oder, äh, direkt da... Direkt dazwischen, also, äh, warte. So, oder? Ja, warte mal kurz an, ähm, ja, genau. Okay. Kein Thema. Boah, scheiße, bin ich runtergefallen. Ah! Boah, toll, jetzt. Ah, jetzt komm ich nicht mehr hoch. Ja, schmeiß mal, bitte her. Ja, hoch, äh. Ja, warte mal kurz an. Oh. Ah, okay, dann... Oh, okay, danke. Oh. Ja, so. Also, die Wände sind gebogen, ähm, so weit, wir brauchen noch ein Glas, äh, alles. Glas, Sand kannst du ja abbauen. Ja, ja. Baust du aber noch einen Ofen? Oh, ich hab die Kram für den Boden. Du hast den Kram für den Boden. Oh, aber den Ohren sind so, äh, ja. Was denn? Was denn? Äh, Leute, ich würd' sagen, baut doch mal ne Tür. Äh, weil es wird langsam dunkel. Oh, scheiße, jetzt hab ich nen Holzblock da unten hingesetzt. Das ist schlecht. Ne, ich hab den schon weg. Ich bin noch am Dach. Ich würd' mal sagen, baut mal Fenster oder so, oder baut's erstmal mit Dreck zu, oder so'n Scheiß. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, dass wir erstmal sicher sind für die Nacht. Habt ihr Wolle? Wie sieht's aus wie ein Bett und so? Ne, wir brauchen aber drei Betten, gerne, nützt die Info. Ah, fuck. Ich bin gleich fertig mit dem Dach. Also, ich guck mal, dass wir bestimmt neun Steine bekommen. Ich hab noch gar keinen Stein, hä hä. Ich hab's so und so ein Haus, hab's meine. Okay, das Dach ist fertig. Hast du noch genug Holz? Ja, ich hab noch genug Holz. Gut, ähm, auch, ähm, was nicht verarbeitet ist, also noch keine Brennungen aufzumachen? Äh, doch. Okay, dann muss ich kurz sein. Ähm, vielleicht intelligent wär's, irgendwas mit Fackel oder so? Hast du Kohle? Achso, Holzkohle, ja, stimmt. Äh, hast du diesen, äh, Stein hier versehentlich hingesetzt, da, dieses Holzstück? Das ist da über der Tür, äh, neben der Tür. Das... Ja, ich mach den weg. Achso, da. Achso, Daniel, achso, da soll's rein. Achso, schön. So, jetzt. Cool. Gut, das haben wir, äh, Dreck. So, mal Dreck reinsetzen hier. Ach, kommt schon jetzt schon wieder der Ton weg? Noaah. Sorry, Leute, ich muss kurz schreiben, dass er nochmal anrufen soll. Äh. Jo, Micha. Hörst du mich? Schon wieder beendet? Hä? Boah, was ist denn mit deinem Skype los? Hallo, hörst du mich? Boah, Alter. Leute, das ist scheiße. Ich keine Ahnung, was das los ist mit Michos. Ja, jetzt soll ich ihn kurz anrufen, so. Hi, Micha, hörst du mich jetzt? Hallo? So, schwir beendet. Rauschen. Rauschen. Ja. Ja. Oh Mann, ja gut, wir hören gerade ein Micha nicht und ein Gerudo auch nicht. Die spielen übrigens beide selber über, ähm, also der Gerudo ist bei Micha zu Hause. Die spielen beide über die Playstation, also über dieselbe. Und, äh, ja, deswegen sind sie auch beide zusammen reingekommen, also ich hab ja nur Micha geladen jetzt grad und es sind halt beide dann reingekommen und ja, keine Ahnung. Oh Mann, das ist grad ein bisschen öde, nervig, hier nichts zu hören von ihm und von beiden beziehungsweise. Starte ich selber mal Skype neu. Gucken. Hallo? Ah, endlich, Alter. Ah, du mit deinem Skype, ey, du machst mich noch irre, ey. Ey, du, das liegt irgendwie immer an deinem, bei allen, mit denen ich Skype hebe, funktioniert's. Ne, ohne Scheiße. Was machst du denn? Komm halt in die Wohnung rein, wofür haben sie das denn gebaut? Ja, du bist, äh, Alter. Wofür haben wir ne Bude gebaut, dass sowas nicht passiert? Und der rennt natürlich in den Creep rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da drin liegt doch auch Kohle. Holzkohle. Ja. Oh Mann, ey. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Ja, ich versteck mich nicht immer raus. Doch, wir schon. Eigentlich. Niemals. Ja, gut. Ähm, ich würd mal sagen, ich... Ich nehm mal kurz die Wolle und, äh... Oh, mir fehlt ein... Einmal Wolle. Ach, er zählt das auch, oder? Okay. Ja, gut. So, haben wir schon mal ein Bett. Äh, ich... Sollen wir das gleich in die Ecke da platzieren, oder... Wo soll man das platzieren? Ja, mach mal eh drei denn daneben, aber ich würd mal sagen, wir erst mal ein paar Schafe nennen, oder so, wa? Wir können keine Schafe essen. Wir können dann sagen, wir essen Schafe. Nicht Schafe essen, ich mein Schafe hier... Killen, das war... Also, was macht ihr eigentlich? Wo seid ihr? Ach, Gott, ey. Ich hab ja noch nicht mal ne Waffe. Wann, das ist ein Zombie? Äh... Ich würd sagen, wir machen's, äh, erst mal... Ein, ähm... Wir machen erst mal die Betten fertig, dass wir da den Safe-Punkt fertig haben. Wir brauchen... Wir brauchen ja einen Safe-Punkt. Aua. So, warte, ich bastel mir erst mal ne Hacke aus Holz. Äh, und ein Schwert auf jeden Fall. Ja, aber warte, ich mach dir grad eins zu ziehen. Ich hab... Ich hab mir grad eins gemacht. Ja, äh... Ah, hab ich ja zwei, also ist auch egal. Zeit zum Zuschlagen! Uuua! So, ähm... Also, holen wir uns erst mal Wolle. Ja, und ein bisschen Nahrung, also ich geh rein in den Höhlen. Ja, genau. Also, tun wir erst mal ein paar Viech... Oh, hier liegen Äpfel, viele Äpfel. Und Pilze. Uuuh, aber Pilze würde hier auch fahren. Wir wollten hier noch sagen, dass wir... ...zupfen da. Ja, du, du, äh, frisst ja alles, ey. Ey, hier geht eine Höhle runter. Hier, wo das Wasser reinfließt. Schau mal. Micha. Ich geh mal die Höhle erkunden. Hallo? Ne, ich glaub, ich mach's lieber doch nicht. Oh, danke. Ja, es geht eigentlich, denn ich finde halt die Steuern für Blasen und Füße nach oben verlässt. Äh, du kannst doch die Steuern umlegen, gern das Info. Ja, aber es geht nicht, wie mit den Aktions hast du noch so, wenn wir Aktions nicht mehr als heute noch hieß. Achso. Kannst du dich selber einstellen, wie du das willst? Nee, also nicht. Scheiße. Oh, da hinten ist dieses Höhlen-Dingens, wo wir da vorne gesagt haben, ah, da bauen wir ein Haus. Diese geile Ecke da hinten. Ich zeig mal den Leuten hier, wo das ist, da. Wir haben doch noch nie hier Minecraft gespielt, also immer die Krautkörner nie gesehen. Also im Wurfall davon. Ja, aber die Leute haben es noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt drei Wolle, das heißt, das ist ja Nummer 1, 6, 9. Ja, also eins haben wir ja schon. Oh, da unten ist ein Schweinkarton und drüber ist Kühe. Ja, bei dir. Da, schaut mal Leute, die schöne Ecke hier sieht cool aus. Da kann man auch was Gutes basteln. Oh, da hinten ist auch noch so ein... Oh, da kommt sogar Wasser aus dem Felsen. Cool. Und da ist Kohle. Kohle ist immer gut. Kohle brauchen wir. Wer macht den Kohle-Song an? Habe ich gestern mal angemacht, ey. Aber ich glaube, ich glaube, dann wird mir, äh, dann wird mir der Großmeister... Oh, ey, das ist cool hier. Ja. Ey, da oben hängt eine Kuh. Hallo. Ne, da wird uns Gron, glaube ich, ein bisschen die Eier lang ziehen. So, ich gehe jetzt mal hier die Kohle abbauen, was ich da gerade gefunden habe hier. Kohle... Oh, Enderman, musst du aufpassen, ey, wo ich gestern Test-Spiel gemacht habe, ey, das Ding hat mich voll gekillt, ey. Scheißviech. Ja? 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 Ja, auf Enderman, wenn du aufpassen willst, dann darfst du nie einen Blickkontakt haben, ja? Das könnte ich, glaube ich, noch mal so immer gelesen, oder ob er dich das aufgewirkt, äh, mit dem Kürbis. Da ist das auch ein Ding. Was? Ja? Da warst du eine Konsole auf einem anderen Gerät halt geschnaufen, ja? Ja? Ihhh. Du zockst Wixbox? Das ist eine Xbox, ja. Das ist sowas. Was ist eine Xbox? Pfui! Weiche Satan! Nein, das ist nun doch nur tatsächlich. Man kann, wenn man so ein bisschen nützt, wenn man dann aufsteht und wenn man dann am Ende meinten, die Augen scheinen... Das sieht doch nicht gut. Okay. Wer zockt denn sowas? Aber wir sind ja auf jeden Fall hier im Dschungel. Da hinten sind Dschungelpflanzen. Dschungelbäume. Ey, da ist ein Schwein. Da oben sind Kühe, Schweine. Ja, ich glaub da geh ich mal irgendwie so... Da ist ein Schaf. Ich hab ein Schaf gefunden. Zwei sogar. Komm her, du Schaf. Hab einmal Wolle. Einmal Wolle ist perfekt normal, aber... Bra... Reicht, oder? Warte mal, da ist noch eine Kuh. Ich nehm gleich noch ein bisschen Schnitzel hier. Ja gut, nicht Schnitzel, halt... Steak. Steak! Yes! Lehm. Was, Lehm? Seit wann gibt's Lehm? Wusste ich gar nicht. Okay. Hab ich schon noch nie gesehen. So, ähm... Jetzt geh ich mal wieder hoch, wo ihr seid. Haufe ich mal. Also ich geh dann aus und voll gerade noch ein paar Läne. Äh... Wie schaut's aus mit Glas? Wie ein Fenster? Habt ihr das schon? Ja, das ist gerade noch... Hey, da hinten... Hey, da... Habt ihr gesehen? Da hinten ist sogar die Wüste. Echt? Wo? Ne, noch gar nicht. Hier, wenn ich hier auf dem Berg bin, da hinten geht's die Wüste... Hier ist alles. Wald, Wüste, Wasser... Cool. Ich hab hier gerade noch nicht so angeschaut. Ich glaub ich hab mich verlaufen. Okay, gut. Äh... Sind wir die Karte dabei? Ja. Dann orientiert mich auf mein Punkt. Und zwar ist mein Punkt... Ähm... Warte... Der Krone... Und da geht's nicht auf. Der Krone... Der Krone... Und da geht's nicht auf. Der Krone... Jetzt muss ich jetzt mal die Karte ins Inventar nehmen, wa? Hehehe... So... Karte... Aha... Da in die Richtung... Nanananana... Und da geht's nicht auf. Hehehe... Okay, ihr seid dahinter? Ne, ich bin da nicht. Jaja... Jeeee... Ich mach mal einen Garten so'n kleinen... Das kann man nicht auf. Äh... Alter, das Spiel hier braucht unbedingt ne... Karten... Äh... Mini-Karten-Map hier, oder so. Ich glaub' nicht, dass das Hühn mal rauskommt. Ich hab's ja schon gewöhnt und will ja auch nicht. Äh... Okay... Auf dem Begriff gibt's einen Laut. Na, ne, 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 ne. Wieso? Hey, hier ist Hühnchen! Ja, bring mit alles auf. Komm her, Hühnchen! Yay! Da ist noch Schwein, unten. Jo... Hallo Schwein! Komm her! Ich seh' eure... Striche! Striche. Oh... So, ein roter, ein grüner Strich. Was für ne Farbe bin ich? Blau, wa? Oder? Oh, ich seh' grad' ich hab' Hunger. Ich hab' Schweinehunger. Mal ein paar Äpfel fressen. So. So, müssen aber die Bude mal fertig bauen, gell? So, ich bin auf jeden Fall da. Hallo! So. So, ich bastel mal noch im Bett, gell? Ja. Äh, ich brauch' einmal Wolle. Oder, ne, zweimal Wolle brauch' ich zweimal. Ja, das ist in der Kiste. In der Kiste? Okay. Äh... So. Ich bin auf jeden Fall. Einmal brauch' ich noch. Einmal brauch' ich noch. Wer hat... Wer hat noch Wolle? Ja, ich mein Wolle. Wolle? Äh, ich bin auf jeden Fall. Gib mir einmal. Ich brauch' einmal noch. Okay. So. 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 Dann basteln wir mal noch ein Bett. Nicht beiseite schieben. So. Macht keinen Scheiß. So, da haben wir das dritte Bett. Tadaa! Wir haben alle Betten. Yay! So. So. Was braucht' man jetzt? Achso. Wie... Wie viel wollt' ihr ein Glas reinmachen? Äh... Ja, da oben weg und da Holz rein, gell? Ja. Habt ihr noch mehr... Ähm... Glas? Dann mach' mal die ganze mittlere Reihe Glas, oder? Ja. Mach' nur alles mal raus, was verstört. Und du fetzt dann kleine, ähm, Holz und Glas rein. Okay. Dann mach' mal die ganze mittlere... Oh. Wer macht'n da Sand rein? Der Sand war von oben drin. Ja, weiß' ich, aber... Wieso macht er da Sand rein? So. 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 Cool. Weiß' ich. So. 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 Das ist Headset über Ding... Ah, so sieht's echt gut aus hier mit dem... Teil. Mit dem Glas. Äh... Sollen wir da die Mitte an der anderen Seite auch noch rausmachen? Ah ja, okay. Mach's ja schon. Ja, das mach' ich gerade raus, ja. Ich helf' dir. Ich würd gern auf allen Seiten rausmachen, wenn wir auf jeden Fall, ähm, den Ingeblick haben. Ob von welcher Seite was kommt. Okay. So. Mach' ich die Seite auch noch raus, hier? Ja. Ich hab' ne Fackeln abgebaut, wenn du mich schon einwärmest, bevor sie weg ist. Ja. Schon dabei. Ich hab' da eine Zwischenwand gesetzt. Ah, okay. Ich... Oh, du hast's gut. Und geht's doch dann, du meinst? Jaaa... Ich bin da auf. Du weißt doch. Ich hab' keinen... Ich hab' ihn gesetzt. Ich hab' ihn gesetzt. Äh, ich mach' da... auch noch raus. Ja? Äh, da müssen wir, glaub' ich... Eins... Achso, ja, da müssen wir auch noch raus. Na, geh' raus. Oh. 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 Was machst du nur da oben raus? Achso. Achso. Achso, so willst du's machen, okay. Warte. Ja, weil hier mit dem, ähm... Wir haben ja sonst schon die Brücken. Gut geben als... Okay. Äh, willst du da auf der anderen Seite auch noch oben raus machen, oder? Ja, ich hab' keinen Gas mehr. Achso, okay. Du machst hier... Ich hab' ihn gesetzt. Äh, ich kann noch... Ich kann noch reinsetzen. Ich hab' noch ein bisschen Sand. Ja. Ja. Was haben Sie diese Dingengläse, die wir haben? Oh. Hier sind noch se... Sechs Glas drinnen. Hallo? Ja. Sind noch drinnen hier. Im Ofen. Ja. Perfekt. Ja. Ich mach' noch... Ich mach' noch ein bisschen, äh... Rein hier gerade. Ja. Ich hab' jetzt noch 16 Glas drinnen. Oh. Hier ist Silber... Äh... Hier ist, äh... Eisen drinnen. Eisenbarren. Ja. 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 Ich hab' mal die Steaks genommen. Ja. Ich pack' die aber, äh... Gleich in... In die Kiste. Hier. So. Ich... Äh... Scheiße. Jetzt hab' ich zu viel Kohle da reingeschossen, ne? Äh... Die Runde bringt jetzt Kuhle mit dem... Ja. Wenig Flecken zurück. Ja. Kohle wär' nicht schlecht. Das wär' jetzt gerade... Egal. Ich pack' mal in die Kiste, äh... Das fertige Fleisch. Oh. Wie kannst du das? Einmal schon. Beziehungsweise drei pack' ich mal rein. Zwei hab' ich mal. Ich brate aber hier noch Schweinefleisch. Ja. Ja. Also zwei... Zweimal Steak hab' ich behalten, gell? Drei sind, äh... Drei sind im Dings drinnen. Ja. Ich hab' noch einmal Hühnchen, aber ich hab' keine Kohle mehr. Ja. Ah, warte, ne. Passt, passt. Das, äh... Schweinefleisch ist grad fertig. Dann nimm' wir das anders hier. Das Steak ist fertig. So, hab' ich genommen. Jetzt brate grad' das Hühnchen. Das kannst du dir dann rausnehmen, gell? Ja. Wenn du willst. Also ich hab' das Steak genommen halt. Dafür nimmst du dann das Hühnchen oder so. Oder können wir auch tauschen. Ist egal. Wir sammeln dann eh mehr Fleisch dann auf jeden Fall später. Ist dann auf jeden Fall gut beleuchtet, den ganzen Käse hier. Ja. Also, so mit den Fenstern passt das alles, oder? Ja. Gut. Okay. Das Dach passt auch, was ich gemacht hab'. Das passt. Da haben wir echt beim Bett recht viel Licht. Haha. Haha. So schön beleuchtete Wettecke da. Ja. Äh... Was hältst du denn davon, äh... Einen Keller zu basteln? Oder ein Dach... Auf jeden Fall ein Dachgeschoss. Ein Dachgeschoss und vielleicht ein Keller... Ja. Ein Keller auf jeden Fall zum Ausbauen. Würde ich mal sagen. Also so ne Mine bauen wir mal runter, oder? Ja. Äh... Ich würd mal sagen, ich bastle mal ein paar Leitern. Ein paar Leitern? Ein paar Leitern? Ja. Man kann sich einer in den Keller graben, und der andere baut dann nachher das Stock da oben drauf. Ja. Ähm... So, ich hab mal ein paar Leitern gemacht. Neun Stück erst mal. Ja. Ähm... 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 Und dann, ähm... Und dann, ähm... schon mal nach Ostern. Okay. Okay. So, okay. Hab ich. Und wo machen wir denn, äh... Den Keller runter? Da. Okay. Na gut, dann bastel ich mal den Keller runter, oder? Ja. Äh... Soll ich die Leiter, äh... Direkt hinten an die Wand setzen, oder? Äh... Vorne, wo war... Ne, ich würd sagen, die machen wir lieber hier, oder? Ist dahin. Wenn's geht, ja. Ja. Besser. Okay. Das... Ah, jetzt... Das Stein hier. Jetzt muss ich... Pass bloß auf mit den Creepern, ey. Ja, rett ihn mal. Ich kümmere mich mal um den Keller. Wie tief machen wir? Ja. Äh... So, dass wir drei Stockwerke nach unten haben. Drei Stockwerke? Ja, ne. Drei Stockwerke, äh... Drei Blöcke oder vier Blöcke nach unten. Okay, eins, zwei, drei... Okay, eins, zwei, drei... Okay, ich steh hier auf dem vierten Block. Okay. Und soll ich jetzt von hier aus, äh, ausbauen, oder? Warte, 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 warte mal. Warte mal, warte mal. Schauen wir mal unten. Die Vorstück, oder? Warte, geh du mal runter. Guck mal, das Stück da. Passt so tief, oder? Warte, 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 warte. Ein, zwei, drei, zwei, drei. Ja, genau. Das ist genau die Ebene, wo wir jetzt unseren Kellerboden umsetzen haben. Okay. Okay. Also jetzt eine gerade Fläche durchbauen, oder? Ja, genau. Hast du mir eine Leitung? Habst du mir die Oben anstrichen? Äh, ja, klar. Warte, ich schmeiß die hin. Hier. Noch einer, oder? Ne, bereits. Okay. Gut, dann, äh, warte mal. Wie, äh, soll ich genau so ein Feld bauen, wie hier das Haus ist, oder? Ne, ich kann das lieber machen. Und du musst bloß in die anderen Richtung ausbauen, weil da ist ja der Ozean. Ja. Ich würde aber, warte mal, bleib mal oben. Äh, wir nehmen uns jetzt alle mal kurz schlafen. Okay. Okay. Ja, gut, stimmt. Machen wir einen Aufnahmestopp. Jo. Cool. Jo. Einen schönen guten Morgen. Ey, ich hab immer schon drei Mal. Wow. Wir sind stolz auf dich, du Angeber. Ja, auf jeden Fall. Also, ciao, bis gleich, Leute. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.